Das wird den Bayern-Fans aber überhaupt gar nicht gefallen. Kylian Mbappé will nicht gegen Bayern spielen im Finale, sondern gegen Olympique Lyon. Das äußerte er deutlich in einem Interview. Er hält zu den Franzosen und sagte folgendes. Ich möchte gegen Lyon spielen, weil das ein französischer Verein ist. Wenn wir die Ligue 1 nicht schätzen, wer wird es dann tun? Ein französisches Finale hätte einen besonderen Geschmack. Das sagte Kylian Mbappé in einem Interview. Und ich verstehe, was er meint. Er hat sich ja auch für Lyon ein bisschen eingesetzt, als die Man City rausgeworfen haben. Hat er die englischen Fans so ein bisschen getrollt und hat geschrieben Farmers League. So ein Clowns-Emoji, glaube ich. So nach dem Motto, ja, ja, da seht ihr mal eure Farmers League. Ja, im Halbfinale stehen zwei Franzosen, also zwei französische Vereine. So, dass man die Ligue 1 ein bisschen mehr schätzt. Und ein Finale, ein französisches, ich weiß nicht, wann es das zum letzten Mal gegeben hat, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat, jemals. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Vielleicht gab es das irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte der Champions League schon mal ein rein französisches Finale gab. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ja, interessant, 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 interessant. Er sagte auch Mbappé im Interview über Neymar. Ich verstehe mich sehr gut mit Neymar, auch von neben dem Platz. Er ist einer der Besten der Welt. Wir sind ungefähr gleich alt. Wir teilen die gleichen Vorstellungen. Wir haben Spaß, wir freuen uns. Wir kümmern uns weniger um unsere individuellen Karrieren. Wenn wir gewinnen, ist es zusammen, nicht nur zu zweit. Ich muss da ganz ehrlich, Guylian Mbappé widersprechen, also zu seiner ersten Aussage, dass er lieber gegen Lyon spielen würde. Ich glaube, für die neutralen Fußballfans wäre ein Finale Bayern gegen PSG viel krasser, viel krasser. Für PSG wäre es natürlich einfacher, gegen Lyon zu gewinnen. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist es dann so ein bisschen, das könnte dann auch das französische Pokalfinale sein. Ich persönlich mag Finalspiele nicht, wenn sie quasi von zwei Mannschaften aus derselben Liga ausgetragen werden, weil ich so der Meinung bin, Champions League, so internationale, sollten eigentlich eher mal Mannschaften gegeneinander spielen, die nicht aus derselben Liga kommen, weil die spielen schon im Pokal vielleicht gegeneinander, in der Liga zweimal gegeneinander. Ich mag es eher wirklich so Duelle zu sehen, die man nur einmal im Jahr sieht oder alle paar Jahre sieht. Ja, so Barca gegen Bayern, das ist auch nicht jedes Jahr. Real gegen Bayern sind so unfassbare Spiele. Liverpool gegen Barca letztes Jahr, weißt du, das finde ich aber viel besser, als gegen Mannschaften zu spielen, gegen die man sowieso immer spielt. Deswegen, ich widerspreche hier am Mbappé, ich will Bayern da sehen. Was seid ihr? Schreibt es in die Kommentare, klickt in die Mitte. Kommt ihr zum letzten Video. Neymar, liebe Freunde, will Messi zu Barca holen. Was ist da los? Klickt in die Mitte, wir sehen uns später wieder und denkt gerade, hat den Ball richtig flach.